Ja, servus Freunde, da schaut's her, ich bin's, ja, die Lichtgestalt, Franz Beckenbauer, zweimaliger Weltmeister, einmal als Spieler, einmal als Trainer, richtig, ja, wir wollten ja beim FC Bayern den Davide Gallin verpflichten, ja, richtig, ja, aber dann, als wir dann gesehen haben, ja, dass der in der Garderobe nach dem Training, ja, die Unterhose faltet, dann hab ich gesagt, ja, Freunde, ja, wo sind wir denn, ja, das gibt's ja nicht, ja, und dann hat der Uli gesagt, nein, das kommt nicht in Frage höher.